So, okay, aber was nötig ist, der habt ihr. Jetzt gucken wir mal kurz nach den Wölfen. Die haben hier noch gar nichts. Äh, wieso scrollt das jetzt so extremst langsam? Komisch manchmal. Oh, der ist ein bisschen sauer. Guckt euch den mal an. Okay. Okay. Ihr mögt Erde? Okay, verstehe. Dann mögt er ein wenig Felsen. Auf jeden Fall muss das Gras weg, das lange. So wenig Gras drin ist, sieht halt immer, sieht halt schon sehr kahl aus, ne? Wo ist denn jetzt noch das lange Gras, bitte? Äh. Das ist aber alles kein langes Gras mehr hier. Eigentlich. Warte ich. Ja, keine Ahnung wo das noch ist. Das Gehirn ist auf jeden Fall echt riesig für die Viecher. So. Jetzt seid ihr zumindest mit den Bäumen echt zufrieden. Schon mal schön. Jetzt machen wir erstmal hier kurz, dass ihr auch was zu essen kriegt und alles. Wollt eigentlich schon lange aufhören. Ja. Braucht ihr nur noch? Nö. Ja. Wollt eigentlich gar keine Ahnung. Doch. Also Leute, ihr kriegt eine Höhle. Tut mir leid. Definitiv kriegt ihr eine Höhle. Ja. Fahrger gemäßig. Und hundra. Ja. 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 So. Ja, sieht ja auch so cool aus. Ah. So, wie kriege ich das jetzt hin hier, dass das eine schöne Höhle wird? So, haben wir mal ein Zwischending. So. Jetzt hier oben irgendwie noch ein Steinchen draufhauen. So. 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 Jetzt ist es denen viel zu weit. Wie beim Raster wird hier nämlich nicht gerade funktionieren, glaube ich. Geht immer nicht. Oh, haben wir nur die Läden noch, ne? Oh, Pissuda. Wenn, dann war aber alles, oder? Okay, Moment. Geldautomat vielleicht nicht schlecht. Ich weiß ja, wie viele die Leute dabei haben. Wie viele sie ausgeben. Toilette. Oh, hier drüber hin. Okay. So, dann. An der Schräge kriege ich nur übrigens was hin. Okay. Wahnsinn ey. Okay. Schwarzbär. So. So. Weiter geht's. Ähm. Ich glaube, wir müssen hier oben noch was mit Strom machen, ne? Zumindest. Wir haben echt keine große Reichweite, die Solarmodule. Jetzt sollte ich doch langsam mal noch auf die Windkraftanlage gehen. Äh. So. 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 Jetzt immer, wenn sich das mit einer Grube verknüpft, dann wird's einfach nix. Ich weiß zwar nicht warum genau. So. Weil wir wollen ja nicht, dass die sich gestört fühlen. So. 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 Das ist nämlich weit genug weg. Das ist alles weit genug weg. Da kommen dann noch Gebäude hin. Okay. So. 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 Und eine Tierpflegerhütte noch. So. Okay. Was? Gut. Das haben wir gemacht. Super. Infotafeln müssen wir auf jeden Fall noch aufbauen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Rekotourismus ist das nächste. So, dann machen wir hier. Okay. Okay. Vivarium müssten wir hier oben auch noch eins hinpflanzen irgendwo. Können wir hier wieder beim Essen irgendwo hin? Müssen wir kurz unten gucken. Ist das reich mit dem Essen unten? Nee, die stehen da durch ewig lange. Ich weiß, warum Scrollen manchmal nicht so richtig funktioniert. Das verstehe ich nicht. Äh, Getränke, ne? Und Beef. Ja. Ah, ich kann den dann immer drehen. Den hier versetzt war ein Stück. Weiß gar nicht, ob der schon mal gefürzt worden ist. Ja, tatsächlich. So, dann verteilt sich das hoffentlich ein bisschen besser hier. Käufer sollten wir aber noch zur Reserve einstellen. So, okay. Gut. So, das sind jetzt einige... Oh Gott, wie viele Männle haben wir denn jetzt? Okay, der hat zwei Sternen. Der hat auch zwei Sternen, den lassen wir auch frei. Und wir behalten einfach mal die Einser. Wenn es ja zu viele sind. So, ein Männchen. So, ein Männchen. So, ein Männchen. So, ein Männchen. Ähm, Weibchen sollten wir auch ein paar hergeben. Das ist ein Männchen, das ist ein Männchen. Das ist gar nichts. Oh Gott. Äh, dich verkaufe. Du erwartest einen Arrooks. Okay. Du kannst auch noch. Okay, das Zweier können wir noch freilassen. Ich hätte gerne nur die Einser da, weil dann gibt es nämlich auch Einser Nachwuchs. Männle habe ich jetzt glaube ich nur noch eine Einser. Zwischen schlechtes Fruchtbarkeitsgehen bist du aber trächtig. Ja, dann lass du, lass wir dich mal kurz noch da. Kannst du noch Nachwuchs machen. Die Schilde ist, wie sieht es denn hier aus? Habt ihr zwei Babys bekommen? Ist ja super. Das freut mich. Mach ja noch eine kleine Fotoschüssel dazu vielleicht, hä? Okay, das haben wir. Wie geht's euch so? Das kriegt auch Nachwuchs. Boah, Zeit, der Baby ist gerade, oder? Wahnsinn. Klinge aber schnell. Wie geht's den Wölfen? Äh, du bist verletzt. Du bist auch verletzt. Ach, äh. Die werden das Alpha-Tür bestimmt haben. Oh, na du? Du bist gut geworden. Wollte ich, ne? Du bist Alpha-Weibchen. Das heißt, wir haben ein Weibchen hier, was... Wo ist es denn? Was nicht Alpha ist? Wo ist es denn? Äh. Da. Genau, du bist dann quasi kein Alpha. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, er hat gewonnen. Aber sorry, das ist doch das Alpha-Paar. Warum kämpfen die denn gegeneinander? Kämpfe wegen... Hä? Ich verstehe das. Das ist doch ein... Rudel. Also sorry, in unserem Wildpark, da ist ein Rudel, das größte von, keine Ahnung, Europa, glaube ich sogar oder sowas. Der ist gar nicht so weit weg von uns. Und die haben locker 20, 30 Wölf. Oder so irgendwie. Aber was soll das denn? Ein Männchen, ein Männchen, ein Weibchen. Ist das euer Ernst? Und warum brauchen die dann so ein großes Gehege bitte? Dann mach ich euch jetzt ein bisschen was weg. Mach ich jetzt hier zu? Was ist da Krankheitsrisiko? Ein V. Geht doch gerade einer... Da geht gerade einer durch. Alles gut. Geht doch gerade einer durch. Nein, es ist kein Tier entkommen. Irgendwelche Meldung da immer. Und es war doch gerade angedockt. Es ist kein Sinn kommen, es ist alles gut. Es ist kein Sinn. Und es war doch gerade angedockt. Es war doch gerade angedockt. Es war doch gerade angedockt. Es war doch gerade angedockt.